Ich versorge dir ein. Besorge Hyperion Adapter, alles klar. Scheiße. Brauche ich MED? Äh, nein. Was haben wir da noch? Munition? Ne, kann man nicht. Wie viel Schild hast du? 136. Okay, jetzt habe ich irgendwann mit 200, glaube ich. War dein Schild mit 200? Ja, äh, ne mit 185. Jetzt sind da nur noch Kack-Schilde. Alles klar, wir sollen dir diesen Adapter holen. Wie viel er? Hier. Karte k- Ach, nö, kämpfen. Ich glaube auch, ja. Oha! Oh, läuft. Ich hasse deine Fresse. Loll. Wir sollen ihn hervorhauen. Wir sollen ihn in einerleihe hier vorhauen. Ich bin so weh und wie die abgehen. Ohoh. Ohoh. Lol, das ist echt blöd nicht die ganze Zeit. Lol. Ich hab keine Ahnung. Mach es, fertig geschützt. Ah, danke. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Nomade? Alter, guck dir das jetzt doch an. Oh, der kann nix. Oh, hast recht, der kann nix. Nice Level. Was ist das denn hier? Piperian Netzwerkadapter, ah da ist er ja. Oh, Munition aber. Oh, sogar noch gratis. Alles klar, das heißt wir dürfen gleich Auto fahren, sagst du? Ich fahr, oder will jeder eins, soll jeder eins nehmen. Jeder eins, ne? Ja, das geht ja. Warst du soweit? Ha? Warst du soweit, dass ne Clash mal ein Spiel? Nö. Ich kenn das nur aus Borderlands 1 noch. Jetzt hab ich schon wieder mein Geschütz gesetzt, was ich dann setzen wollte. Ja, da muss ich ja. Was sind du, Alter? Direkt neben dir. Hast du den Adapter? Ja. Wird mir oben gar nicht angezeigt. Bauer dann ein, steht da auch. Bauer Hyperion Adapter ein. Ja. Okay, komm. Bin on the row, Alter. Alter, voll krass, so schifft, ey. Kann ich gar nicht, hast du den ja, ne? Boah, warum frage ich eigentlich? Äh, ach da. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Yes. Achso, ich kann's killen. Na klar. Warte kurz, ich hacke das Catch-A-Ride. Voll die Hackerin, ey. Ja, Mann. Voll die Gamer Road, ey. Ein autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco. Ein Piment Taco im Handschuhfach. Oh Gott, der wird zwar schlecht. Uh. Auf jeden Fall hat Kettenwerfer. Kaugummi. Go, go. Da kommt sein. Also ich hab meinen. Und das Catch-A-Ride sagt, Danke so, Penner. Ein rechter Chameur. Die sollten sich jetzt an jeder Catch-A-Ride als Station ein Fahrzeug besorgen können. Jetzt nehmen wir eins und springe über die... Skintyp Kaugummi. Ich hab auch Kaugummi. Ist pink. Kann man das gar nicht weg ändern? Doch. Fahrzeug 1 bist du, ne? Oh. Raketenwerfer. Ich fahr, ich fahr erstmal den Berg runter und verrecke. Verkehrstote. Wir werden... Alter, guck mal. Jetzt ohne Spaß. Nein, ich will doch nicht auf den Schützenplatz. Wir fahren. Okay, wo müssen wir lang? Okay, geradeaus. Warte auf mich. Nein, ich bin schwer ausgestiegen. Äh, wie macht man Nitro? Kann man Nitro machen? Ja, unten in der Ecke wird er reinstecken. Oh, da muss man drüber springen. Oh, oh. Ah, so schlimm man nicht. Jawoll. Weißt du wie das geht? Boah, wie kompliziert das ja zu fahren, Alter. Der lenkt ja voll scheiße. Geht. Wir nehmen das noch von... Nein. Ich war's grad gar nicht laut oder so. Ich fahr den einfach um. Ich hör gar nicht, dass Headstand weglabert. Einfach umfahren. Der hängt unter meinem Reifen. So, geht doch. Der hat geklebt wie so Kogis. Bitte, pscht. Lol. Einfach überfahren. Ich werde einfach mal unendliche Missionen. Einfach mal so... Einfach mal sprayen. Ja, fahr du ruhig weg. Ah, überfahren. Alter, wie scheiße ist die Steuerung von dem Teil. Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Ah, hier oben dann, glaub ich. Hat die Tare keine Airbags? LOL. Er ist ne Waffe gesporen. Bloß weg, ey. Okay. Muss man mit... Mit D und A lenken oder... Oh, guck mal, da sind wir schon. Du lenkt mit der Kamera, ne? Ja. Ne, bin ich falsch. Alter, der leuchtet rot. Der kriegt so auf Katowitsch. Wo kommst du? Boah, die gehen mir grad dick auf die Fresse. Bin am Weg. Wie macht man Nitro, ey? Oh, ich bin ausgestiegen. Scheiße. Ey. Nein, ich bin in... Der hat's geschwitz gestiegen. Wie geil die Lenkung aus. Wie dachte man raus, dass wir reißen. Wie macht man Nitro, ey? Ich hab keine Ahnung. Du? Ne, glaub nicht. Jetzt war falsch. Echt? Alter, man kann driften, haben wir geil. Da ist auch wieder so ein Fahrzeug drin. Wo müssen wir hin, ey? Mitten rein, hier. Hilf mir jetzt mal hier unten. Einfach rumfahren, ey. Oh, hier lang. Ich dachte, der hält mich aus dem Schitz raus. Könntest du mir helfen? Ich komme. Nein, du Idiot. Wir killen euch alle miteinander. Tobi? Ich komme. Ich bin unter dem Roh. 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 Tobi, sind schneller. Du kannst hier rumfahren, wenn du das weißt Ja, ich weiß So, komm, weiter geht So, da ist ein Baby Weiß man Aua, der geht mir voll aufs Kühlmaul Wo müssen wir denn hin? Ich pfiff die einfach durch die Gegend Äh, oben durchgehend Warte, komm her Mit Leertaste, glaub ich, oder? Geh lang Warte, ich muss den töten Fahr doch Moment Ich mach eben das Tor auf, warte Ich fahr lieber Oh mein Gott Gegner Ja, ein Nomade Oh scheiße, warte, der ist jetzt tot Der ist jetzt tot Leider brauchen wir auszusteigen Jetzt brauche ich deine Hilfe Meine Männer erzählen, wie das Kaufer Ries nicht mit dem Energie kann, den wir brauchen, um die Schuhe, der Stand aufrecht zu erhalten, zurückgekehrt ist Wegen Ries' nas Sanctuary, dann bist du einer der Raiders Oh, hi Roland hat dich kontaktiert Hey, meeting kids Warte, dann muss ich duschen Warte mal, wie kommen wir jetzt durch die Stadt durch? Ach, wir müssen erst den einen Typen befreien, ja okay, wir müssen erst den einen Typen befreien, glaube ich Ja Roland Roland, Roland, Roland Roland LoL Was viel Damage macht denn Kaktus? Wo fährst du lang? Zu dem Typen Weiß schon, wie ich die Folge nennen werde, glaube ich Wie denn? Irgendwas mit Autofahren Alter Ich frage was nur umhaufen Wo bist du hin? Wieder einsteigen? Ja, ich hab nur was geholt Ich bin auf der Straße lang LoL Wie rüftet man denn? Ähm, linke Maus, äh mittlere Maus, dass wir ein Produkt halten und dann in die Seite rüften Weil in die Seite lenken, also mit, aber mit RSD dann LoL, ich bin von einem Mini Viech aufs Maul, LoL Der hat mich mit dem Stein beworfen Der will mich mit dem Stein, der Huch Dann müssen wir lang Tatsache Da oben rechts Uh, hier muss ich langfahren Scheiße, ich dachte mir fällt in ein Loch Scheiße, da komm ich nicht mehr raus Hahahaha Bin's ehrlich Ich bin unten Aber wo bin ich denn jetzt? Ist eine Etage unter dir Also ich fahr über die Brücke und du? Ich bin ja ganz verwandt bei dir Komme Warum nimmst du denn auch nicht die Brücke, ey? Weil ich dich nicht gesehen hab Wo ist denn an der Brücke? Jetzt bin ich ehrlich, wo müssen wir hin? Zu dem Punkt Ach, da unten Mein Problem ist grad nicht, wo wir lang müssen, sondern wie wir hängen vor Bin ich zu blöd, oder? Wo bist du denn langgefahren? Ich fahr irgendwie wie durch die Gegend die ganze Zeit Ah, hab gefunden fast Bin gleich da, bin direkt da Hier ist ein Tunnel oder sowas, wo ich gerade durchfahre Ich hab's gefunden Ich hab's gefunden Echt? Ja Ich versuch zu dir zu kommen Wir müssen auf den Berg drauf Komm ich da durch? Ich glaube nicht Noll Ach, da bist du Ja, wir müssen irgendwie auf den Wo ist denn hier ne Brücke? Ach da Wir müssen nun mal auf den Berg drauf, glaube ich Gehen laufen oder fahren? Also ich fahre Wo bist du? Du warst doch grad noch neben mir Ja komm, über die Brücke drüber, oder? Ich ging fest Ach Ich glaub wir müssen da gar nicht lang, warte Wir müssen zu dem Punkt da Wir müssen aussteigen Echt? Komm her Warte Ich krieg hier vor ein paar Bulli-Monsterbs neu Ich krieg hier vor ein paar Bulli-Monsterbs neu Ja warte Wo bist du denn? Bin hier Das Stück hätt's auch nur mit dem Auto fahren können Ja das stimmt Voll geil mit dem Auto fahren Ich setz mich gleich in dein Geschütz rein einfach Warum? Einfach Irgendwo hier ist der Da leuchtet was Verdammt Verdammte Blatscher Das sind so viel Wenn mich jemand hört Ich brauche Da kommt einer angejumpt, alter Der ist ein Bulli-Monsterbs Der ist ein Bulli-Monsterbauer Macht der Damage? Aber so richtig ey Aber ich auch hinter meiner Schotty Noch mehr Der ist noch einer dahinten Ah ne der ist ein ausgewachsener Bulli-Monsterbauer Der ist nicht ganz so stark Der ist schon tot Was ist das? Auch ein Badass? Nein Hoodie Monterbauer Oder ein Bulli-Mond-Slinger Okay, wir müssen wir hoch Da liegt er glaub ich Ja hier liegt er Ne, du musst mir nicht üben LOL Wie viele Psychos Oh, Shotgun. Ah, 16.